um heute hat sich das schicksal wieder entschieden doch da stehen zu lassen ja ich hab einen gekillt aber nur einen danach wurde ich gekillt das geht mir genauso dann brauchen wir ihn nicht mehr sterben ich würde jetzt eh gefickt ich zieh mich auf den berg zurück ja da kommen die mechsers oh shit ich zieh mich zurück überlegen 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 ich hoffe jetzt nur zu überleben nein nein werde hälter hat wieviel lakkoa rotes leben hat er wohl der extra schild hatte habe ich noch vor das leben mit der pistole runter geschossen aber es hat natürlich mal wieder für kein kill gereicht so jetzt verlieren wir east hills auch jetzt bin ich schon 5 negativ da oben ist ein scheiß spion ist das das muss ich verspion nicht mehr da aber das die die wieder nur einbekommen Alter was hier schon wieder von der Übermacht von Warnus um den Spawn-Rums sich aufbaut ist ja nicht mehr normal die 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 nicht schön alter ich schieß da rein ich werfe eine granate rein das überleben trotzdem alle und ich werde von den verbündeten getötet alles klar jetzt bin ich schon sieben negativ steiger mich zumindest also im negativen zumindest kann ich sagen ich steigere mich in irgendeinem sinne ja in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit ach was hat das jetzt wieder für ein One-Hit die Orion gibt mir ein One-Hit ok ja Orion ist OP obwohl sie die Standardwaffe ist ja war ein One-Hit ja Warnus ich drücken Amel Dorf an 100 Schüsse raus was was war das du ich hab nur noch von Base Base die wir irgendwie verlieren und nicht meine KD in der Base schlechter macht ich glaube wir müssen uns jetzt dann gleich einen Harasser ziehen Markus damit wir irgendwie die KD wieder hochkriegen die KD da ist einfach so viel los in dieser Base ich glaube egal in welche Base du gehst sind einfach überall was hat mich jetzt getötet ich weiß nicht mal mehr was mich immer tötet ich falle auf einmal um ähm geil geh ich ziehe mir jetzt irgendwo ein Panzer macht es okay ich wurde wiedergelebt ich ziehe mir noch kein Panzer ich ziehe mir gleich ein Panzer oh wir flippen in einer Base mal den A-Punkt zurück krasser Scheiß ja da bin ich dabei genau die ja ich bin auch in der Base aber keiner von uns war im A-Punkt nice one guys extremely nice one aber stolz sein dass uns diese Leute des Fischers haben das ist von der Ferne oh ich hab ne Max gekillt oh bin ich cool ja sag ich ja das ist richtig schlimm gleich werfen C4 über den Baumstamm drüber auf der anderen Seite einfach drei Vanus hocken ne ich sind das C4 was 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 kriege ich ein Regeneration Schild Kill das war's das ist geil oder wenigstens was da musst du stolz sein klar wenn du es war wenn du stolz bist du stolz nicht die Götter ich bin sowas von stolz stolzer geht gar nicht nehm ich jetzt einmal wieder komm ich geh mal back to the roots und nehmen Viper äh äh Lightning damit können ich vielleicht Kills Juhu alles klar Puls aber nicht wieder mit Ghost ah ok dann ach ich werd wieder reden nice ahhh hängt mich nicht alter Tjab KD keine Ahnung ich habe mich aus diesem Kampf zurückgezogen und versuche jetzt meine 8 negativ anderweitig zu bekämpfen Kirsten ja das probiere ich ich habe mir jetzt den Panzer gezogen und versuche jetzt den hier in Spawn von hinten damit unter Beschuss zu nehmen aber lass mich raten der ist schon weg ja ist er jetzt habe ich hier nämlich jetzt habe ich hier nämlich einen Viper Lightning ich hab oh sie kriegt ja du bist du hast du das heute ist der Tag aber weißt du was 500 Meter weiter vernehmen wir schon die nächste Base ach wirklich ach ja da ist das also schön das mit ihm verteidigt haben aber die andere verlieren wir halt vielleicht kann man da ein paar kill snacken bei den 96 plus leuten sind bestimmt vier dabei die sich dumm anstellen bei warnos zweifeln nach rechts er geht auf das bono und steppen alle so go 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 noch zum erleben nein nein von der seite nein ah verbündeten gehe Wir sind dabei, diese Einrichtung zu fabieren! Geil! Oh Mann! Wir haben uns aus der Einrichtung zurückgedrängt! Wir sind bald unter den Terranern, schau mal wie die Terraner uns weggefickt haben schon! Ich mach grad ein paar Kills! Wow! Ja! 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 Ich hab's geschafft, Lightning aufs Dach zu legen! Hast du das schon geschafft, hm? Das ist nur siebbarer Sandor und den seh ich sowas von... Oh fuck, ich bin dumm! Den siehst du sowas von... Ah fuck, ich bin dumm! Ja... Äh, aus der Perspektive hab ich das noch nicht gesehen! Ja, als Nebel in den Spawnpunkt... Naja, ich hab zumindest ne kleine Killstreak! Und wie viele hatte ich? Ich bin nur noch 5 negativ jetzt! Mach ich jetzt noch ein paar Mba und dann... Oh, jetzt fahren da ganz viele Harriser raus! Das heißt, jetzt muss ich mir einen PB-Lightning holen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!